MindMeister gibt es auch als benutzerfreundliche App fürs iPad. Zu Beginn musst du dich mit der E-Mail-Adresse und deinem Passwort anmelden. Und zugleich werden dir deine MindMaps auf das iPad geladen. Bevor wir auf die einzelnen Funktionen eingehen, zunächst einmal die Verwaltungsoberfläche. Du hast auf der linken Seite alle MindMaps. Im Moment bei mir sind schon einige vorhanden. Mit Editieren kannst du einzelne auswählen, in einen Ordner verschieben oder eben löschen. Die im Moment ausgewählte MindMap lässt sich auch hier in der Übersicht entweder per Mail teilen oder eben duplizieren, drucken oder bei Bedarf auch löschen oder speziell markieren, damit du sie schneller wieder findest. Eine neue MindMap zu erstellen ist ebenfalls keine Kunst. Mit deinem Klick auf das Plus kannst du entweder einen neuen Ordner oder eben eine neue Map erstellen. Es werden mir die wichtigsten Funktionen schon erklärt. Darauf kommen wir gleich. Und mit deinem Doppelklick in den Titel kannst du gleich das Thema bestimmen. Und du siehst hier die verschiedenen Möglichkeiten, entweder eine neue Idee hinzufügen. Das kannst du auch mit dem Plus, wenn der Hauptbegriff ausgewählt ist. Diese Ideen lassen sich natürlich beliebig anders platzieren. Ein Doppelklick neben einem Begriff erzeugt eine untergeordnete Idee. Man sagt auch ein Kind-Element, während Geisterbahn und Spielhöhle in diesem Fall eben Geschwister-Elemente sind. Also auf derselben Ebene sind. Das kannst du auch mit diesem Zwei-Symbol ganz oben rechts erledigen. Und falls du merkst, dass eine Idee an eine andere Stelle gehört, kannst du sie gedrückt halten und einem anderen Hauptast zuweisen. Und gehaltener Position kannst du eine Idee auch an einem beliebigen anderen Ort verschieben. Natürlich lässt sich jedes Element auch noch nachträglich verändern. Mit einem Klick darauf gehen die Optionen auf. Du kannst eine Farbe geben, Symbole hinzufügen. Du kannst es kopieren oder löschen. Du kannst Verbindungen ziehen. Du kannst über dieses Pinsel-Symbol auch die Schriftart und Grösse ändern. Die Rahmenart und Farbe sind ja also beliebige Gestaltungsmöglichkeiten offen. Das Schema betrifft die ganze Mindmap. Hier hast du schon vorgegebene Styles, die dann eben die ganze Mindmap betreffen. Allenfalls interessant ist auch das Büroklammer-Symbol. Hier kannst du Notizen hinterlassen. Beispielsweise, wenn man noch die Materialien notieren möchte für eine bestimmte Idee. Du könntest auch Links hinzufügen zu einer Website, die weiterführende Informationen hat oder daraus eine Aufgabe machen, die eben eine bestimmte Terminierung hat. Wenn deine Mindmap-Formen angenommen hat, irgendwann wächst sie dann ziemlich an und du musst vielleicht ein bisschen zoomen, um alles im Überblick zu haben, dann kannst du sie auch teilen mit anderen Leuten, mit anderen Benutzern. Du kannst sie exportieren in verschiedenen Formaten, beispielsweise als PDF, aber auch als Bild oder in bestehenden Mindmap-Formaten bis hin zu den üblichen Office-Formaten. Und natürlich kannst du sie auch drucken oder per Mail versenden. Damit, denke ich, sind die wichtigsten Funktionen eigentlich schon erklärt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Arbeit mit dieser tollen App.